In einer Serie stellen OP Online und die Offenbach Post Bands aus der Umgebung vor. Heute mit Sunshine Conspiracy. Schönen guten Tag, wir sind die Sunshine Conspiracy. Neben mir sitzt der Janus. Und der macht? Ich mach die Cajon, ich mach den Rhythmus. Dann hab ich hier noch den? Anthony. Und der Anthony macht? I sing, I try to sing. Neben dem Anthony? Der Olli. Auch ein bisschen am Singen und Gitarre spielen. Und ganz außen? Ich bin Jiran, spiel eigentlich Bass. Ich bin der Sally und ich singe und mach ein bisschen Percussion nebenbei. Zusammen sind wir Sunshine Conspiracy. Die Sunshine Conspiracy sind aber nicht nur die Leute, die hier gerade sitzen. Da gehören noch viel, viel mehr dazu. Weil wir verstehen uns eigentlich als offenen Verbund von Musikern. Jeder, der Lust und Laune hat, kommt vorbei, macht mit uns Musik. Denn bei Sunshine Conspiracy ist der Name Programm. Das heißt Gute Laune, Sonnenschein und Sommermusik. Am liebsten sitzt man natürlich hier draußen irgendwie, wenn im Sommer, wenn nicht so viele Flieger hier rumfliegen. Die Idee Sunshine Conspiracy ist vor, ich glaube anderthalb Jahren oder so, irgendwann mal bei einer netten Musikrunde im Winter, als es sehr kalt draußen war, entstanden. Wir haben an dem Abend einfach sehr lustige, warme Sommermusik, so haben wir sehr empfunden, gespielt. Und gesagt, das ist gut, das ist ein schönes Gefühl. Das Schöne daran, wie gesagt, ist dann einfach, dass wir so verschiedene Stile auch jetzt in der Musik vereinen können. Wie gesagt, einfach runtergeschraubt auf Akustik. Von Deutsch bis Englisch, von Rap bis Akustik bis Archbeck, Songwriter. Alles drin. Alles, was Spaß macht. Alles, was einfach vom Herzen rausgeht. Diese Musiker haben alle eigentlich durch die Bank weg noch andere Bands, in denen sie festspielen. Also manchmal aber mit ganz anderem musikalischem Hintergrund. Das reicht von, dass der Bassist in einer wirklich super, super geilen Metal-Band auch spielt. So Rock-Garage-Kram, aber immer schön auf die Zwölf. Und hier ist jetzt quasi, ja, so ein bisschen Jekyll und Hyde. Hier wird jetzt so ein bisschen die Softdor-Schiene und die grubrige und funkige Schiene ausgelegt. Und das ist eigentlich die Sunshine Conspirals. Die Lieder beschreiben einfach unterschiedlichste Lebensabschnitte, unterschiedliche Gefühle dazu. Ängste, Freuden, alles. Also, falls ihr uns live sehen wollt, spielen wir am 25.08. um 16 Uhr. Das ist die Feinstaubbühne am Museumballfest und das ist direkt unter dem Eisernsteg. Das ist die Feinstaubbühne am Museumballfest. Das ist die Feinstaubbühne am Museumballfest. Das ist die Feinstaubbühne am Museumballfest. Vielen Dank.